Fünf Kanten, fünf Tester, wir hatten schon unfassbar viel Spaß on und offroad. Die 390er Adventure, übergehend in die beiden 890er Modelle, auch R und bis zu den ganz dicken 1290ern Super Adventure S und R. Alles dabei, hier im Red Stack, bleibt dran, wird leihand. Bis zum nächsten Mal. Ich bleibe einmal bei den fünf Motorraden und komme dann zu den fünf Testern, klappe die der Reihe nach ab und hole mir deren Meinung zu dem jeweiligen Modell ein. Ich stehe neben der normalen 890 Adventure, die kein S im Namen dabei hat, aber in Wahrheit, wenn man das weiß, es gibt auch noch die R. Und das ist auch die, die sich meiner Meinung nach durch den höher gelegten Fender schon einmal markant optisch von der normalen 890 Adventure unterscheidet. Und wir werden dann darauf eingehen, dass auch eben sowohl auf der Straße als auch im Gelände dann tatsächlich orge Unterschiede sind. Aber für mich ist das so, eine goldene Mitte ist jetzt vielleicht von der Kubatur her tatsächlich ziemlich in der Mitte, die 890er. Aber von der Leistung her und von der Performance ist sie natürlich schon eher an den 1290ern dran. Und für mich ist es tatsächlich die Mitte, mit der ich sehr gut zurechtkomme. Es ist ein rein Zweizylinder Motor, schon abgewandelt von der 97 Adventure. Die bin ich gefahren, die 890er, eigentlich bei diesem Test zum ersten Mal. Und ich war begeistert, dass der Motor dermaßen viel gewonnen hat. Er hat jetzt 105 PS, er hat 100 Newtonmeter und die sind echt schmalzig da von unten in der Mitte, machen sich richtig positiv bemerkbar bei dem ganzen Motorrad, das in Wahrheit natürlich elektronisch auch ganz viel dabei hat. Aber ich bleibe einmal kurz bei der 890er Onroad und ich gehe jetzt einmal gleich zum Bokinger. 890 Adventure, hat er taugt? Hat mir sehr getaugt. Ich kannte sie schon gut, im Gegensatz zu dir, weil ich damit letztes Jahr eine Woche in Kroatien war, mit dem Gregor und mit dem Schaf und mit dem Carlos. Und sie hat mich damals schon begeistert, weil sie diesen Spagat zwischen Off und Onroad, finde ich in diesem Quintett, das wir heute hier haben, fast am besten schafft. Also ich bin Offroad ein ziemliches Nackenpatzel, aber ich habe mir vom Tiber und vom Jochi sagen lassen, unglaublich, was damit noch geht, aber auch unglaublich, was trotz 21 Zoll vorne auf der Straße möglich ist. Also es ist ein richtig sportliches Fahren. Es ist vielleicht die, die sozusagen am wenigsten polarisiert optisch, also da gibt es andere Kandidatinnen hier, die mir noch mehr taugen, aber sicher die, die den breitesten Einsatzzweck hat. Auch denke ich mal, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist ein Geheimtipp, weil wir haben vorher in den Zulassungsscheinen die Zuladungen nachgeschaut und damit möchte ich gleich starten. Unglaublich, 235 Kilo kann ich auf der Adventure mitnehmen. Wir hatten sie letztes Jahr eben mit Koffern voll bepackt, haben sie noch zu zweit gefahren. Also das steckt sie auch alles locker weg und ich glaube, da merkt man auch das von dir angesprochen, wenn wir nochmal zum Motor zurückgehen, dass eben mehr Morch von unten da ist, dass sie die Kraft hat. Und insofern steht sie ihren großen Schwestern gar nicht so viel nach, wie man meinen möchte. Zuladung der Vollständigkeit halber 205 bei den großen, beziehungsweise da ist es ein bisschen mehr, gell? Ja, ich glaube, 213 haben wir hier und 203 bei der 93, um die auch noch zu erwähnen. Also knapp über 200 Kilo Zuladung und bei der kleinen sogar auch. Und da aber die Top-Variante von der Zuladung her. Ich werde wieder auf meinen Platz gehen und zum Jochi wechseln. Das ist ein jahrhundertelanger KTM-Mitarbeiter. Nein, du bist aber bei der Entwicklung viel mit dabei. Du kannst natürlich, weil du beide jetzt auch ziemlich brav gefahren bist, hier auch Offroad, uns vielleicht ein bisschen beschreiben, deine Eindrücke zur Offroad-Performance von der normalen 98er Adventure und dann die eher klarerweise besser, aber notwendig. Ja, wir haben jetzt, wie du schon vorher sagtest, einerseits die eher straßenorientierte Adventure 98 und eher die sportorientierte, die Offroad-orientierte. Straßenorientiert heißt beim Standardmodell, dass wir zwar sehr wohl 21,18er Räder drin haben, aber weniger Federweg, also nur 200 Millimeter Federweg vorne und hinten, straßenorientiert. Entschuldigung, auf der Airhammer vorne hinten 240, das ist schon ein mächtiger Unterschied. Das ist schon ein mächtiger Unterschied und noch dazu dann halt wirklich auch ein Fahrwerk, was eigentlich so von unseren Wettbewerbs-Competition-Modellen her stammt. Also diese R hier, das ist auch mein persönlicher Favorite, das ist ein Universalmotorrad mit High-End-Komponenten, was Federung angeht. Motormäßig hast du schon alles perfekt beschrieben, also mit dem Motorrad kann ich wirklich alles tun. Das ist für mich ein Motorrad, wo ich täglich zur Arbeit mitfahren kann, aber auch bis hier Redstack ins grobe Enduro hineinfahren kann. Also ein Alles-Könner. Ja, also ich bin auch so von beiden begeistert. Von der normalen muss ich persönlich sagen, als nicht dieser Offroad-Crack, auch die hat mir da auf der Schotterstraße, und wenn es einmal steiler geworden ist und dann war ein bisschen was Ausgefahrenes, muss ich gestehen, hat mir der Reifen erstaunlich wenig Probleme gemacht. Es ist ein Avon Trail Rider und da haben wir ja an Ärgerin, da ist der Metzeler Carou 3 drauf. Gut, das ist halt für mich schon ein klassischer Stollinger, der muss das alles können. Aber wie gesagt, Sitzhöhe haben wir jetzt auch, das ist für viele wahrscheinlich wichtig, bei der schon niedriger ist. Jetzt bei der Standard haben wir, kannst du anfangen mit 830, kannst sie für mich zum Beispiel, ich würde eher auf die 850 gehen, nach oben verstellen, und hier bei der R liegen wir bei 880. Ja, da sollte man schon wissen, dass man sicher steht, wenn man anhält, dass man auch wirklich zum Boden runterkommt. Ist aber tatsächlich eben für jeden, was dabei ist, ist ja jetzt auch sozusagen beim Familientreffen, finde ich unsere Aufgabe, euch ein bisschen näher zu bringen, welches Motorrad für wen. Also wie gesagt, von der Sitzhöhe bei 830 anfangen, hey, manche Naked Bikes haben mehr, das ist jetzt echt niedrig und liehend für einen guten Stand. Und ich glaube, lieber Stefan, du bist aus Hamburg und der Stefan hat für uns ein paar Gebrauchte schon sozusagen getestet, das war, glaube ich, ist gut angekommen. Und jetzt haben wir dich hierher eingeladen. Bleiben wir noch kurz bei den 890ern, dass wir die abgegrast haben. Du hast mir gesagt, du bist der Klassische, so wie ich eigentlich auch, Sitzriese. Kurze Haxen, langer Oberkörper. Und die normale 890 hat da aber trotzdem getaugt. Das hat nicht nur getaugt, das passte richtig. Bei diesem Motorrad, da habe ich mich draufgesetzt und wusste sofort, wie es funktioniert, wie es reagieren würde. Das ist mein Allrounder für jeden Tag. Das ist richtig klasse. Also auch der Motor und so weiter, alles das, was ihr schon erwähnt habt. Das ist ein in sich geschlossenes, logisches Konzept und man kann viel Spaß haben damit. Und dann frage ich dich jetzt noch so, klarerweise mit der auf der Straße, du hast dich extrem wohl gefühlt, Windschutz und so, das war für dich alles in Ordnung? Das war alles in Ordnung, wie auch die Bedienung, das funktioniert tadellos auf den ersten Blick. Ich könnte jetzt auch versuchen, irgendwas Negatives zu sagen, aber es gab nichts. Also es hat alles funktioniert, es funktionierte, Autogrenzen hatten einen super Druckpunkt auch. Die haben mir auch gefallen. Also gerade auch hier Offroad, man merkte, wo es kritisch wurde. Mittlerweile schaffen es vor allem KTM und viele andere Hersteller auch eine gute Bremse, die auf der Straße und Offroad funktioniert. Und ich glaube, mit Offroad bin ich dann auch schon beim Tibor ganz richtig. Ich nehme es gleich vorweg, im Tibor taugt natürlich die 98 Adventure eher unheimlich und die normale taugt dann nicht oder eh auch? Leider funktionieren die beide saugut. Das ist echter Frechheit, was auch der Straßenreifen, also die S-Version, in dem Gelände kann. Ich bin sprachlos, ich bin wirklich sprachlos. Natürlich, der Reifen, der Metzl, der ist natürlich auf der Straße, ja, da ist er vielleicht jetzt nicht so gut, aber hier im Gelände, der ist richtig weich und du merkst, wenn du wirklich auf einem schräg hängenden Forstweg wirklich mal in die Eisen steigst, kann man ja, es gibt ja sämtliche Systeme oder vom Gefühl her, das Motorrad schmiert ja nicht weg, das bleibt in der Linie und das ist selten. Auf der Straße, muss ich gestehen, hat man die R auch sehr getaugt. Wir haben da ein paar Powerparts drauf, den kürzeren Kupplungshebel, das habe ich mich dran gewöhnen können, also müssen nicht unbedingt, das ist ein kürzerer halt. Man gewöhnt sich an das schnell und so vom Fahrverhalten, vom Handling her, also beim Motor gibt es ja keinen Unterschied bei den beiden 98ern, aber vom Fahrverhalten her hat man auch dieser Metzeler Carreau sehr getaugt. Der ist auch auf der Straße dann manchmal, muss man sagen, schon ein bisschen weggewischt. Das ist auch seine Geschichte, die KTM richtig leihend unter Kontrolle hat, dass die Elektronik immer brav regelt, ja, aber schon so spät, dass du eigentlich noch einen schönen Spaß damit haben kannst. Das hat mir sehr getaugt und wie gesagt, ich habe dann mit dem Avon-Reifen auf der normalen 890er, fühlst dich dann vielleicht ein bisschen sicherer, wenn du es krachen lassen möchtest, aber der Carreau 3 hat es echt auch gut können, wobei ich aber sagen muss, wir sind im Trockenen gefahren. Der Jockey hat es gut gesagt, der Reifen kündigt sich an, der Metzeler, also du fährst auf der Straße, der kündigt sich an und damit kannst du richtig Spaß haben auch. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ja, ich komme vom Offroad-Bereich, also vom Mountainbike, aber trotzdem, die Adventure Air würde ich der S trotzdem auf der Straße vorziehen. Einfach, ich mag das höhere Fahrwerk, ich mag das oben sitzen, schau, wo ich stehe. Jetzt stehe ich schon wieder von der Air, also das ist bei mir ganz klar. Ja, wir haben dich aber auch dazugestellt, muss man sagen, dass wir es jetzt nicht aussuchen können. Ich möchte nur die Preise noch kurz von den beiden 890ern, es ist ein glatter Tausender-Unterschied. Ich habe die deutschen Preise, danke Jochi, und ich glaube, es sind knapp 14.000 bei der normalen 890 Adventure und knapp 15.000 bei der Air-Version. Meiner Meinung nach faires Angebot dafür, dass das solche Universalgeräte sind. Und fangen wir mit dem Preis an, oder, wenn wir jetzt schon eine Liga höher gehen. Lustigerweise sage ich einmal, die S-Version, die ein bisschen mehr Elektronik drinnen hat, mit dem Abstandsradar, das wir schon des Öfteren gelobt haben. Und ich habe ein elektronisches Fahrwerk mit dabei, ein einstellbares. Ist sie trotzdem die günstigere in Deutschland, 19,3 und die kostet 20,6. Warum ist die ein bisschen teurer, obwohl hier diese zwei Elektronik-Features fehlen? Das Fahrwerk ist nicht elektronisch verstellbar, aber trotzdem voll verstellbar. Und es ist ein richtig gutes Fahrwerk. Sie hat längere Federwege und sie ist halt tatsächlich auf Offroad getrimmt, obwohl die beiden fast gleich viel wiegen, 242 Kilo fahrfertig, 243. Ich dachte, dass die Air-Geschichten wirklich so komplett spitze Zielgruppe, da gibt es der TiVo, einer der voll vom Offroad kommt, klar, dass dem das taugt. Aber wir haben gestern auf Instagram, wir begleiten unsere Tester immer auch auf Social Media, Umfolge gemacht, S oder R bei der 1290er und 55% nur bei der S. Also es gibt einen echt großen Markt an Leuten, die die Air-Varianten interessieren. Und der TiVo wird uns das gleiche verraten, warum, glaube ich. Ich meine, ein Käufer, ein Interessent, der einen Straßenreifen sieht, dann fährt er auch nicht mehr ins Gelände, meine ich. Und ich glaube, dass das die Optik natürlich hier wahnsinnig viel ausmacht, Offroad, Offroad, Offroad. Und nochmal, das, was ihr jetzt gerade im Video seht, wie wir fahren und so weiter, die können das beide. Wir fahren hier Forststraßen runter mit 60, 70 Sachen auf eine Spitz, auf eine S-Kurve zu. Du gehst in die Bremse, nicht zum Blockieren, aber du hast ja Offroad, ABS. Der Reifen schmiert nicht weg, obwohl es kein Stollenreifen ist. Also diese Motorräder können so viel. Und meiner Meinung nach, je schwerer die Maschine, desto mehr spricht es auch, desto mehr geht das Gewicht in die Vorderradbremse. Und es gibt wahnsinnig viel Sicherheit. Also das können die beide sehr gut. KTM ist Offroad, die können Straße sehr gut. Die machen beides richtig. Du hast das echt auf den Punkt gebracht, weil da ist auch tatsächlich eine größere Abgrenzung von den Reifen her. Wir haben vorne 19 Zoll an Mieters Terra Force R und wir haben hier den AX41er Bridgestone drauf. Wenn ich dazu kurz was sagen darf, im Serientrim ist der A41 drauf, der eher straßenorientierte Reifen von Bridgestone. Aber ihr habt es, glaube ich, gescheit gemacht, dass ihr den noch besser Aussehenden auch drauf gehabt habt. Und wenn ich da gleich jetzt sagen darf, auf der Straße hat die ja in Wahrheit auch super funktioniert. Also mir hat, muss ich gestehen, auch auf der Straße fast die R-Version von der Großen mehr getaugt als die S-Version, weil sie tatsächlich ein bisschen agiler dann in die Kurven reingeht. Und der 19er Reifen würde eigentlich vermuten lassen, dass er handlicher ist. Mir hat die R mehr getaugt, aber lieber Bocchi, was hat die mehr getaugt? Ich muss sagen, ich bin bei der S und da, der Mieters ist okay als Erstausrüster. Wir hatten sie ja im Dauertest letztes Jahr und da haben wir dann einen Bridgestone A41 aufgezogen und was dann auf der Straße geht, ist ganz andere Liga. Also das ist echt schon nochmal auch reifenabhängig. Ansonsten, auf der Straße bin ich bei der S auch deswegen, weil das elektronische Fahrwerk, das Semiaktive, sich natürlich auf dem Belag, wir waren hier jetzt in rund um Räumgebirge unterwegs, also die berühmte kalte Kugel haben wir erfahren und da gibt es wechselnde Belege, da gibt es mal eine aufgebrochene Stelle und so weiter. Da ist das Semiaktive einfach dem konventionellen Überlegen und deswegen bin ich dann eher bei der S. Lieber Stefan, die 1290er-Dinger, die etwas voluminöseren, auch jetzt von der Tankform her und so, welche hättest du da lieber? Auf jeden Fall die S. Weil sie auch niedriger ist und die niedrigere Sitzung hat. Joch, ich muss jetzt doch noch einmal, wie viel haben wir bei der normalen, bei der S? Ah, das weiß ich eh. 849 bis 869 und die Große mussten aber helfen. Bei der Großen haben wir 849 bei der Standard und 880 bei der Hohen. Also 880 auch bei der Hohen. Ja, das ist dann schon sehr hoch und die längeren Federwege machen es nämlich, nämlich 220 gegen 200 bei der normalen 1290 Super Adventure S. So, und du hast jetzt, du sagst, die S ist natürlich für dich, die das sein sollte. Aber da möchte ich bei dir jetzt ein bisschen in den Vergleich gehen, eher die 1290er oder eher die 890er. Ich würde wahrscheinlich die 1290er nehmen, weil sie auf der Straße doch eben den Extraschlag nochmal in allen Regionen mehr hat. Und lieber haben als brauchen, das ist ja der alte Spruch. Super, das ist echt auf den Punkt gebracht. Wenn die Leute sagen, 160 PS, eh. Also das habe ich noch nicht erwähnt, die beiden haben die beiden großen 160 PS und 138 Newtonmeter aus 1301 Kubik aus wiederum zwei Zylindern V2-Motor. Dieser Motor, wir haben kurz geplaudert und ich habe zu mir auch gesagt, Herst, was glaubst du, bringt sie den Motor noch weiter? Und er ist sicher, wir arbeiten ja ständig daran, dass dieser Motor weiterleben kann, auch bei schärferen Normen. Also ich freue mich schon, weil der ist wirklich geil. Und ich muss auch gleich sagen, in diesen Adventure-Modellen, wie gesagt, vom Motor her ist kein Unterschied von der Abstimmung her. Wir haben dann zwar auch noch mehr Offroad, noch den Rally-Mode drauf auf der R, aber jetzt von der Straßenfahrerei her ist der Motor immer gleich. Und es ist ein Wahnsinn, wie angenehm der funktioniert, auch von unten raus. Dieses Klackern und Schlackern unten und dieses Ruppige, wie bei den vielleicht Super Duke GT bin ich unlängst gefahren, dann das hat der nicht. Also da hätte ich gesagt, die paar PS weniger tun diesem Motor richtig gut und ist echt kultivierter und besser. Du als, sag ich einmal, echt guter Offroader, muss es die R sein oder dürfte es auch die S sein? Ja, es kommt schon darauf an. Ich habe ja das Glück, dass ich es mir auch ein bisschen aussuchen kann, je nachdem. Alle fünf, nein, nein, fahrt zu Hause mit allen. Nein, wenn ich mit meiner Madame auf eine größere Tour unterwegs bin, dann nehme ich gern die S. Hat natürlich alle möglichen Features, elektronische Hilfen, wie du gerade gesagt hast. Das ACC, der Abstandsradarsensor, ist für mich wirklich ein tolles Feature. Ich wünsche, ich hätte das in meinem Auto auch. Und es ist wirklich eine Sache, die tut nicht weh. Und es ist schön, wenn man sie hat, muss man sich immer einsetzen. Aber ich liebe es. Sie hat eben auch das volle, einstellbare Fahrwerk. Ich kann mir wirklich auf meine Bedürfnisse das Fahrwerk hinstellen. Das ist schon ein verflixt breites Band an Elektronik. Ich kann das Motorrad so individualisieren. Und ich muss mal sagen, ich kenne mich jetzt da einigermaßen aus. Ich tue das auch und ich genieße diese Vorzüge der Individualisierung. Aber das hat natürlich jetzt im Unterschied zwischen S und R. Bei der R fehlen mir halt das einstellbare Fahrwerk. Dafür kann ich mit Klickern, wie ich es vom Offroad her gewohnt bin, auch noch mein Feintuning machen. Und ich habe natürlich die Abstandssensorik. Ich habe kein ACC mit drin. Aber ansonsten ist auch eine R schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau in Sachen Elektronik. Also da vermisst man im Grunde auch nicht wirklich was. Das ist vor allem, finde ich, auf den Displays. Ich meine, da haben wir ein bisschen ein kleineres, aber da haben wir die 7-Zoll-Displays. Und das ist bei KTM richtig gut, nicht nur ablesbar, sondern auch erklärt. Glock dir mal auf meine Schulter. Bravo, Jochi. Unfassbar. Entschuldigung, ich habe da hier nichts gebrochen. Da war ich nicht ganz unbeteiligt dran, weil ich habe immer, ich bin nun mal über... Du hast gesagt, Burschen schaut, dass man das auch irgendwie den Leuten vermittelt. Naja, es kommt, wenn du mal in Richtung 60 gehst. Und das war zu der Zeit, als ich noch unter 60 war. Man sieht nicht mehr ganz so gut. Und da war schon die Ablesbarkeit manchmal ein bisschen auf der kritischen Seite. Und jetzt mit dem neuen Display, mit den Piktogrammen. Ich liebe sie. Ich brauche mich da nicht mehr groß darauf zu konzentrieren. Ich weiß intuitiv, wo ich bin. Einfach durch die schönen Bilderchen. Und das ist schon ein Riesenfortschritt. Diese Technologie bleibt nicht stehen. Also da kommt definitiv auch in den nächsten Jahren noch Tolles auf uns zu. Was würdest du jetzt sagen, 1290, 890, was ist da da lieber? Straße oder Offroad, ist das unterschiedlich? Ja gut, wenn es jetzt um eingemachtes Offroad geht, dann bleibe ich gern bei meiner 890er. Das Motorrad hat ein geringeres Gewicht, ist spielerischer zu fahren, hat mehr Federwege. Also klar, Offroad orientierter. Und jetzt, ich komme aus dem Offroad, da ist das schon meine Nummer ein. Wenn ich allerdings auf eine größere Tournee gehe mit ein paar Offroad-Sektionen, dann ist es schon auch die große. Weil du sie dir einfach so und so auch wieder einstellen kannst mit den Mappings, wo du dann eigentlich die Leistung reduzieren kannst. Du hast es sehr schön erklärt, dass die Traktionskontrolle auch in dem Offroad-Modus aktiv bleibt und immer die doppelte Hinterradgeschwindigkeit des Vorderrades zulässt. Aber dann nicht mehr. Ist klar, 160 PS Offroad braucht kein Mensch. Ist schon logisch, aber das wissen die Burschen auch. Und habe ich das jetzt richtig erklärt? Möchtest du noch einmal? Nein, ganz klar. Im Offroad-Modus ist noch immer eine Traktionskontrolle vorhanden. Das Motorrad dreht in diesem Mod nicht bis in den Begrenzer rein, sondern wie du sagtest, so etwa doppelte Geschwindigkeit vom Vorderrad. Das heißt, wenn es dann am 50er fährt, nimmt das Vorderrad sozusagen die Geschwindigkeit auf als 50 kmh und das Hinterrad darf sozusagen den Schlupf haben, dass es so 100 kmh... Aber das lässt... Also ihr habt es ja alles ausprobiert und hat gut funktioniert. So, und ich habe ja schon gesagt, fünf Familienmitglieder, jetzt haben wir da großmächtig vier besprochen und die kleine Süße steht dort einsam und verloren, obwohl der Stefan, der tendiert schon hin, aber mit dir rede ich gleich. Zuerst noch, du Jochi, die 390 Adventure. Das ist die absolute Einsteigergeschichte. Wenn man will, kann man noch die normale 890, sie steht auch daneben, weil die gibt es als A2-Version, kann man runtermachen auf 48 PS. Aber ich nehme es gleich vorweg, dieser Motor hat 44 PS, 37 Newtonmeter, das ist nicht die Welt, aber bei 172 Kilo fahrfertig, auf alle Fälle gegen die vier anderen extrem handlich und spielerisch. Auf der Straße, bis nahes, bergab, bis nicht wirklich langsamer mit der kleinen, weil auch alles sehr gut funktioniert und weil wir tatsächlich so viel Elektronik drinnen haben. Ich glaube, es ist das bestausgestattete Adventure-Bike in dieser Klasse. Ja, absolut. Also die schräglageabhängige Traktionskontrolle und ABS gibt es in der Klasse, bei den kleinen definitiv nicht. Also auch von der Performance her, das Motorrad fährt da eigentlich in der eigenen Liga. Wir haben einen Offroad-Mode auch dabei. Ganz genau. Also ich persönlich bin jetzt gerade nochmal runter zum Auto gefahren. Mit dem Ding, wenn du sie drehen lässt, die fährt ja fast wie eine 125er von der Drehzahl her. Das ist so spielerisch und so eine Freude. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass sie das Motorrad überfordert. Und du kannst super rund damit fahren. Auch im Vergleich, ich bin ab und zu schon mit der kleinen im Pulk, mit einer größeren Gruppe, auch mit dem dicken Bellers unterwegs gewesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du mit der kleinen den anderen um die Ohren fahren kannst, weil du sie rund fährst. Du brauchst dich nicht fürchten vor zu viel Leistung. Du kannst sie im letzten Moment in die Kurve hauen und du brauchst dich nicht fürchten, dass sie wegrutscht oder dass sie dir hinten wegbricht beim Beschleunigen. Das macht richtig Spaß auch. Weil es auch eben wirklich wenig Gewicht ist. Ja und interessant, wenn ich mit meinem Mädel hinten drauf fahre, die freut sich immer. Ja, jetzt nehmen wir heute wieder mal die kleine. Mit der fährst du so viel besser als mit den großen, weil ich nicht so aggressiv unterwegs bin. Die weiß ja, was besser ist. Für sie besser. Was sagt die Dame im Übrigen zur Sozius Bank von der? Da gibt es, gut, wir fahren jetzt keine endlosen Touren damit, aber auch da gibt es keine Reklamation, aber sie ist auch hart im Nähen. Also das heißt, On-Road ist sie tatsächlich eine Macht. Ich werde dich jetzt gleich dann noch einmal fragen, was du glaubst, beziehungsweise das KTM vorhat, wer das kaufen soll. Aber wir haben halt nur, wenn es ums Off-Road geht, 170 Federweg vorne, hinten. Dann stößt du jetzt wahrscheinlich dann klarerweise schneller an die Grenzen. Und für mich persönlich die Stehposition, das ist schon sehr nach vorne gebuckelt. Aber wiederum, das Vorderrad hat ein spielerischeres Handling als die anderen. Und du hast ja gesagt, man gewöhnt sich schnell dran. Ja, das ist kein Thema. Also die Ergonomie ist natürlich ein bisschen anders als bei den anderen, aber da hast du dich schnell drauf eingestellt. Und mit dem Motorrad, für mich ist das keine Limitierung und es macht riesig Spaß. Vielleicht auch das Geld, falls es für wen eine Rolle spielt. Und es kommt so und so nur die dann in Frage. Knapp unter sieben. Sechs, acht glaube ich in Deutschland. Das ist klarerweise ein Riesenunterschied zu den anderen. Und eben vielleicht kommt es jetzt mit allen Sachen nicht so recht ran an die anderen, aber in Wahrheit dann doch. Doch und jetzt gehe ich rüber zum Stefan. Ich glaube, es gibt ja noch einen Grund, warum du die Kleine so schätzt. Ja, weil sie mich so überrascht hat. Sie wirkt tatsächlich beim Fahren noch leichter als sie ist. Sie wirkt auch kürzer als sie ist. Sie ist sehr viel handlicher. Und sie fährt tatsächlich, ich hätte kein Problem damit, eine lange Reise zu machen, weil beispielsweise der Windschild, das Windschild ist ja nur relativ klein, aber es funktioniert tadellos. So, und sagen wir mal, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber wäre ich 140 gefahren, würde es da auch noch funktionieren. Was mich limitieren würde im Gelände, ist die tatsächlich ungewöhnliche Stehposition. Ich habe sie meistens im Sitzen gefahren, weil du mit der Stehposition doch sehr weit, wie du das schon erwähnt hast, sehr weit nach vorne kommst, damit auch den ganzen Schwerpunkt natürlich verhinderst. Ja, im Normalfall ist es jetzt nicht passiert, sie ist nicht aufgesetzt, aber natürlich hat sie eine wesentlich geringere Bodenfreiheit. Aber auch diese Conti-Reifen TKC 70, die passen wunderbar zu dem Motorrad. Das funktioniert, das ist eine Einheit. Du hast es, glaube ich, gesagt, das ist ein vollständiges Motorrad und da kann ich dich nur beglückwünschen. Genau so ist es. Ja, und ich finde tatsächlich, es ist schon ein vollwertiges Motorrad, wo ich finde, in dieser Klasse gibt es für mich einige, wo ich sage, das ist jetzt nicht Fisch, nicht Fleisch, aber mit 44 PS bist du echt dabei. Welche Sitzhöhe, weißt du? 8,55. 8,55, ich meine, da bist du... Ja, mit dem geringen Gewicht ist das, glaube ich, für jeden zu handeln, egal wie groß er ist. Ja, ich schaue jetzt noch zu den beiden anderen Jungs. Was sagst du zur 3,90? Nein, tatsächlich muss ich eine Lanze brechen für die kleine 3,90er. Sie ist natürlich das schwächste Motorrad, sie ist natürlich das mit den schlechtesten Bremsen im direkten Vergleich, aber durch das geringe Gewicht, also wir sind da gefahren, Ox-Sattel, es wird auch der Austrian Snake genannt, weil es wirklich keine 60 Meter gerade ausgeht, glaube ich, und genau dort gehört das hin. Auf einmal wird die Fahrbahn gefühlt 6 Meter breit, du fährst zwischen den anderen Schlangenlinien durch, weil das so handlich ist, also richtig spaßig, vor allem bergab, weil bergauf kommst du natürlich schon zum Tragen, dass die Leistung ein bisschen fehlt, im Vergleich, jetzt hier vor allem. Und ja, übrigens, Preise hast du alle erwähnt für Deutschland, wir werden das natürlich für Österreich und die Schweiz drunter verlinken, einfach in unserem Marktplatz, damit ihr wisst, woran ihr seid. Spoiler, es wird nicht weniger. Muss man so sagen. Ja, ja, genau, jetzt habe ich kurz überlegt. Danke, Noah, großartige Geschichte. Tibor, du eher Fanatiker bei den Großen jeweils. Nicht nur bei den Großen. Und auch bei der kleinen 390 hättest du gerne eine R, oder? Nein, da muss man ja nicht viel machen. Wenn du jetzt so hier auf die Lenkwinkel schaust, wenn du den Lenker ein bisschen nach vorne drehst und die Kröpfung hier nach oben kommt, dann ist auch für uns große Fahrer ein bisschen geholfen. Was natürlich schwierig ist, du kommst von einem großen Motorrad, gehst auf etwas Kleineres. Okay, du musst erst mal abrufen, mehr Drehzahl, mehr, mehr alles und so weiter. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die Bremse schlechter ist, sondern sie passt auf das Gewicht. Weil hätte ich diese Bremse da, dann hast du ein Problem. Also deswegen, schlecht gibt es ja nicht. Das ist ausgeglichen für das Motor. Es funktioniert eben auch gut, oder? Und was sagst du jetzt zum Offroaden? Ich meine, ich hoffe, dass ihr dann nicht das macht, was der Divo mit den ganzen Mopäden da im Redsteck gemacht hat, weil die 390er ist dafür dann auch jetzt nicht unbedingt ausgelegt, hat aber trotzdem funktioniert. Hat trotzdem funktioniert und ich durfte dem Jockey hinterherfahren und es ist unglaublich, wie dieser Mann Gas gibt auf einem Motorrad, beziehungsweise wie sicher er fährt. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank fährt er vor mir, weil dann denke ich mir, okay, das versuche ich nachzumachen. Und als wir dann, ihr seht's gleich, diese Kurven ausgenutzt haben und einfach mal so den Anlieger ein bisschen ausgebaut haben, super. Und das ist natürlich klar, je leichter die Maschine, desto handlicher, je träger oder je schwerer, je träger und gleichzeitig für mich immer sicherer. Weil das ist Sicherheit. Für mich ist das Sicherheit. Also ich fühle mich hier nicht überfordert, im Gegenteil, ich fühle mich unterstützt und fühle mich mit einem dicken Motorrad, schweren Motorrad mit dieser Adventure sicherer als mit einem handlichen. Ganz komisch. Ja, ich glaube, das bringt's auf den Punkt, weil der liebe Tibor hat, glaube ich, eben eher die Affinität, dass er offroaden will. Und es ist aber für jeden was dabei, bei der Adventure-Familie von KTM. Die 390er für sich betrachtet richtig lauernd. Die zwei dicken, hast du eben gesagt, die Air-Version ganz schön beliebt. Und zu Recht, weil wir auch finden, dass die richtig angenehm funktioniert. Und für mich als Optik-Freak wäre sie die absolute Nummer 1. Und die beiden 890er dazwischen. Und da auch, Jochi hat das sehr schön beschrieben, er wird dann natürlich die Air wollen, wenn er mehr ins Gelände geht. Aber wiederum für ein bisschen Gelände ist die normale 890 Adventure gut. Man kommt mit den Haxerln bei 830 dann wirklich viel besser runter. Also ich glaube, dieses Programm, lieber Jochi, herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt da 5 Mopäten, die echt alle bedienen sollten und könnten. Du wolltest noch was sagen? Ja, also zum einen finde ich auch, dass jede wirklich ihre Berechtigung hat. Man kann sie sich noch einstellen, aber es gibt einen kleinen Charakter, den jedes dieser Motorräder bietet. Und dem bleiben sie auch treu. Und zum anderen wollte ich mich einfach mal bedanken, beim Stefan, dass er den weiten Weg aus Hamburg auf sich genommen hat, um mit uns hier zu fahren. Zum anderen beim Jochi, dass er uns alles gezeigt hat und alles gezeigt hat, was wir nie können werden. Beim Tibor, dass er dem Jochi nachgeburt ist, wie in ihrer, damit wir diese Leih- und Offal-Aufnahmen für euch haben. Und bei dir, Martin, dass du das mit mir durchstehst. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Es gibt nämlich auch zwei weitere Videos, die wir heute machen werden. Wir machen noch 890 jetzt verglichen mit der 1290er. Muss es die große sein, kann es die kleine sein. Und in die andere Richtung, die 890er mit der 93er. Das wird sicher interessant, weil ja wir in diesem Familienvideo gemerkt haben, die 93er ist nicht so schlecht und man kann da ganz gut mithalten. Aber bitte schaut die beiden anderen Videos auch. Am besten geht es natürlich, wenn ihr unseren 1000 PS YouTube-Kanal abonniert habt. Tschüssi. Tibor sagt Servus. Du sagst Ciao. Jochi sagt Ich als alter Italiener Arrivederci. Stefan? Ein freundliches Tschüss. Bravo.